DER DICHT Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich bin Walter. So sagt man mir das jedenfalls. Eigentlich heiße ich Marco. Aber wegen dem Schlitter in meinem Hinterkopf habe ich das vergessen. Das mache ich bloß hier. Wissen Sie, wie das ist? Wenn man von einer Sekunde auf der Nächsten seine ganze Vergangenheit ausradiert bekommt? Das ist unangenehm. Verdammt unangenehm. Man tut was man kann. Zum Glück konnte ich diese Schlampe ausfindig machen. Ohne die wäre ich jetzt richtig am Arsch. Es ist Zeit. Ich habe noch was zu erledigen. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Und du? Tja, wenn ich das wüsste. Ja? 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 Du hast gesagt, dass du in einer Stunde wieder da bist. Jaja. Was ist das? Nichts. Das ist das letzte Mal. Der zieht doch irgendwas durch mit dem. Nee, nee. Die lassen ihn nicht in Ruhe. Oder eher sie. Hi, Sammy. Was soll das? Ich wollte nur meine Tasche holen. Ich wollte nur meine Tasche holen. Welche Tasche? Nee, ich wollte nur meine Tasche holen. Feierabend. So Leute, Herr Wüsch, es hat ein paar Kleinigkeiten zu erheben. Ich würde sagen, bis morgen. Ja bitte. Meine Lizenz ist abgelaufen. Dann tun Sie es doch erneuern. Ja, darum bin ich ja da. Für Lizenzerneuerung braucht es ein Antragsformular C. Ja, dann hätte ich jetzt gerne das Antragsformular C. Büro 36. Ja, Gott verdammt, das können Sie also nicht machen. Nein, 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 haben Sie eine Fluchtlizenz? Nein, nein, nein. Sie ist abgelaufen. Ja, eben, meine Frau, was habe ich denn zu tun? Nur ohne Fluchtlizenz. Es gibt einen sofortigen Rechtsentzug von einem Körperteil nach Ihrer Wahl. Drücken Sie A, B oder C. Aha, Sie verlieren das Gebrauchsrecht von Ihrem rechten Fuss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, wo muss ich schon wieder hin? Für Lizenzerneuerungen, Euro 36, Antragsformular C. Ich bin zum ersten Mal im Monten. Es macht weiter. Ich bin beiury. Ich bin zuHHHH. Für Lizenzerneuer-Win der Seele Marcel сказал. Und wie er noch nicht fühlt sich,